So, heute haben wir den 5.10.2015 Oh nein, der passt aber in die Lücke nicht rein. Aber das ist auch ein Parkhaus. So, Offenbach. Oder nicht, das ist ein Offenburg. Das ist ein Unterschied. Da ist Offenburg. Das ist der dritte Tag meiner Reise. Das wollen wir gleich rechter biegen. Hat geregnet heute Nacht. Auch mal gucken, wie sich das entwickelt. So, das hat 75 gekostet. Natürlich nicht so günstig. Jetzt ist 7.04 Uhr. So, das war nur das Ziel anfahren. Jetzt links abbiegen. Das hier ist eine Volksbank. Jetzt rechts abbiegen, dann links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Hallo, manche müssen zu früh, zum Beispiel die Kinder. Hier, einmal zweifacher Hinsicht. Grüß Gott. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. An den Nonnen gibt es auch hier. Wärtsche. Ja, stimmt. Heute wollen wir noch zum Franzmann rein. Und vielleicht kommen wir dann in Italien ein. Jetzt rechts abbiegen. In 200 Metern scharf rechts abbiegen, auf die Kamerallee. Jetzt scharf rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. In Trelleborg, kurz vor Trelleborg nördlich. Das ist in Schweden. Da hab ich nämlich ein Rad verloren. Ist abgebrochen. Das ist erst vier Wochen her und heute Morgen noch alle dran. Die Reise soll nach Sizilien gehen. Da kann natürlich viel passieren. Ich denk mal so 20 Tage wird das dauern. Einmal auf Ätna und dann rum um Sizilien und wieder zurück. Dann bin ich noch an der Anlegestelle der Fähren, die von Lampedusa auskommt. Die Flüchtlinge begrüßen. Entweder mit Salomalaikum oder mit Bambani Abatakati. Was Abatakati oder Bambani Abatakati heißt ja. Guten Tag, hallo. Wie viele Löwen hast du heute schon gefangen? Und das ist Zulu Hottentalk. Das wird man gut verstehen. Das wird man gut verstehen. Nein, ich will mal das verstehen. Ich hab mich vorbereitet. An der Reise muss geplant werden. Navigation mit Becker. Naja, das klappt ja so halbwegs immer. In 300 Metern am Ende der Straße links abbiegen. Endbahnstraße. Was machen sie hier denn auf eine zentrale Aufnahmestelle? Zast. Oder was kommt da hin? Ein Heim. Dann müsst ihr euch auch mal beeilen, wenn ihr nämlich fertig seid. Und die doppelte Menge schon wieder. Mit der nächsten Fähre. Entweder aus Griechenland, Koss oder aus Lampenosa. Jetzt links abbiegen. Links abbiegen. Aber wer unfähig ist, seine Grenzen zu bewachen, der muss sich nicht wundern. Wir wollen das dokumentieren. Also ein bisschen. Und wir werden auch jeden in der Stadt immer begrüßen. Hier wird dann so sehen. Und verschieden zwischen Wagen. Was ich jetzt auch nicht so kann, ist in der Schuhe. Jetzt links abbiegen. Links abbiegen. Aber das macht nichts. So bleibe. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Erstmal hier. Wenn man mich bitte jetzt wenden. In 40 Metern links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Wenn man mich bitte jetzt wenden. Wenn man mich bitte jetzt wenden. Die Wohnsituation ist rein baumäßig. 200 Metern links abbiegen. Dann links abbiegen. Dann links abbiegen. Irgendwie komme ich hier nicht klar. Da haben wir das wieder. Ja. Der dreht auch schon um hier. 40 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Dann rechts abbiegen. Ich will links. Jetzt rechts abbiegen. Ja. Und wie ist es, wenn es einer damit spricht? 300 Metern rechts abbiegen. Auf den Südringen. Die jungen Männer, die Schüler. Das sind auch richtige. Bei den. Hier sind wir im Badenland. Ja. Was für eine Stunde hier ist. Und zweimal. Bambani. Abakapati. Ne. Abakatati. Jetzt rechts abbiegen. Ja. Wie gesagt schon. Wieviel Löwen hast du heute schon gefangen. Wie geht's dir? Hallo. In 300 Metern. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Auf den Südringen. In 300 Metern. Und jetzt rechts abbiegen. Mit dem Rad. In 400 Metern. In 300 Metern. In 400 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 Metern. Oops